Oma hat gesagt, auf die Größe kommt es an. Recht hat sie. Hey Leute, heute zeige ich euch, was wir brauchen, um uns gesünder zu ernähren. Das Gute, so vieles passt auf nur einen Löffel. Für 100 Gramm kommen daraus 46 Gramm Protein. Das sind circa 900 Gramm Erbsen. Und für 37 Gramm Kollagen benötigen wir... 2,4 Kilogramm Hülsenfrüchte, Bohnen, Couscous und Samen voller Aminosäuren. Und für das Vitamin C nehmen wir 5 Zitronen, um die natürliche Kollagenproduktion des Körpers zu unterstützen. Und zu guter Letzt 300 Gramm Brokkoli oder Spinat. Für so wichtige Mineralien wie Magnesium, Eisen und Calcium. So viele Aminosäuren, Proteine und Kollagen. Auf nur einem Löffel. Löffelt euch mal keinen ab und holt euch gleich Giamino. Hergestellt aus nur zwei natürlichen Zutaten. Und euch reicht ein normaler Löffel.